Was ist eigentlich die wichtigste Eigenschaft einer Kamera? Das ist eine Frage, die sich mir gestellt hat, weil ich gerade halt selber an meiner Sony A7C2 Review arbeite und mir dabei aufgefallen ist, wie viele Fotografen über Dinge wie Megapixel, Autofokus-Systeme, SD-Karten-Slots oder sonst irgendwas reden. Und das sind alles durchaus relevante Punkte, über die man sich Gedanken machen kann, aber für mich ist keiner davon der wichtigste Punkt und die wichtigste Eigenschaft einer Kamera. Für mich persönlich ist nämlich der wichtigste Aspekt, wie gerne ich die Kamera nutze. Ich weiß auch nicht, wie ich auf die wahnwitzige Idee gekommen bin, dass der Wetterbericht richtig ist, wenn er sagt, dass es nicht mehr regnen soll, aber das habe ich wohl davon, dass ich draußen filmen wollte. Ich hatte ja gesagt, die wichtigste Eigenschaft einer Kamera ist, dass du sie gerne mitnehmen möchtest. Was genau meine ich jetzt damit? Naja, ich hatte zum Beispiel letztens eine richtig große, klassische, schwere Spiegelreflex in der Hand und jetzt halt gerade im Vergleich zu meiner A7C2 ist mir aufgefallen, wie viel schwerer und wie viel unhandlicher ich diese Kamera gefunden habe. Und ich weiß aus Erfahrung, selbst wenn dieser Spiegelreflex besser wäre als meine jetzige Kamera und besser kannst du in dem Fall definieren, wie du möchtest. Das kann mehr Megapixel, besserer Autofokus oder sonst irgendwas sein, aber ich würde sie trotzdem wahrscheinlich nicht so gerne benutzen. Und ich weiß das, weil ich den Erfahrungswert jetzt nicht nur bei Kameras, sondern auch bei Objektiven gemacht habe. Ich habe zwar sehr gute Zoom-Objektive, aber unterm Strich sehen wir die oftmals zu schwer und zu unhandlich und deshalb nehme ich die sehr selten tatsächlich auf meine Fotorunden mit. Aber genau deshalb ist es halt so wichtig, dass du dein Equipment gerne benutzt, weil nur das, was du gerne benutzt, kommt halt auch häufig zum Einsatz. Und je häufiger ich meine Kamera nutze, desto mehr Übungen bekomme ich ja mit dieser Kamera, desto häufiger kann ich auch Fehler machen, aus meinen Fehler lernen und desto schneller ist halt auch meine fotografische Entwicklung. Und genau dieser Erfahrungsschatz ist ja eigentlich der wichtigste Aspekt beim Fotografieren. Ich meine, du hast vielleicht schon mal auf YouTube diese Challenges gesehen, wo ein sehr erfahrener Fotograf mit sehr günstiger Fotoausrüstung fotografiert gegen einen Amateur, der dafür halt die teuerste Ausrüstung bekommt. Und in der Regel macht der erfahrene Fotograf mit dem günstigen Equipment die besseren Aufnahmen. Und um diese Erfahrung halt aufzubauen, musst du einfach regelmäßig fotografieren gehen und deine Kamera einsetzen. Und deshalb ist die beste Kamera diejenige, die halt so einen inneren Drang bei dir auslöst, dass du sie schnappen willst und mit der auf die Straße gehen möchtest und halt irgendwas fotografieren möchtest. Zum Beispiel bringt dir die beste und teuerste Leica nichts, wenn du dir dann denkst, dass du eine viel zu heure Kamera hast und die einfach nicht kaputt machen möchtest und dich dann halt nicht draus, sie mitzunehmen und einzusetzen. Andererseits kann gerade der Name Leica halt dafür sorgen, dass du halt sagst, okay, jetzt hast du so eine coole Kamera und jetzt möchtest du damit irgendwie vor die Tür gehen, weil du halt so eine ikonische Kamera hast und die halt zum Einsatz bringen möchtest. Oder du bist halt derjenige, der die neueste Technik in seiner Kamera haben möchte und halt die ganzen Features von modernen Kameras komplett cool findet und dann macht es wahrscheinlich jetzt nicht so viel Sinn, sich eine gebrauchte Kamera von vor zehn Jahren zu kaufen, nur weil die halt ein paar hundert Euro günstiger ist, weil du am Ende halt nicht den Spaß damit hast, sie einzusetzen. Oder aber du bist derjenige, der halt super gerne Filmfotos macht und halt das analoge Gefühl von der Filmkamera bei dir diesen Wunsch auslöst, irgendwie mit der Kamera unterwegs zu sein. Und dann macht es natürlich logischerweise nicht so viel Sinn, sich das neueste Digitalmonster zu kaufen. Und du merkst anhand von diesen Beispielen ja schon, worauf ich hinaus will. Die beste Eigenschaft von einer Kamera ist was, das halt eher sehr subjektiv ist und das du nicht auf irgendeinem technischen Detailblatt finden wirst. Und das subjektive Gefühl, das du hast, wenn du deine Kamera einsetzt, ist halt super wichtig beim Fotografieren. Leider ist das aber halt auch ein Punkt, der sehr selten von Fotografen besprochen wird. Und der halt auch in den Debatten über irgendwelche Kameras einfach untergeht. Dann werden einfach nur die Leica-Fanboys gehatet, weil die eine viel zu überteuerte Kamera nutzen. Oder auch die Fuji X100-Reihe kriegt relativ viel Kritik ab, weil das relativ teure Kameras sind für den Stand der Technik, der darin verbaut ist. Aber niemand geht wirklich auf dieses Gefühl ein, so eine Kamera mal zu nutzen. Und manchmal kann halt auch tatsächlich dieses Gruppengefühl der Punkt sein, der motiviert mit der Kamera unterwegs zu sein. Also halt, dass es so eine große Community um die Fuji X100-Kameras gibt. Und gerade der Punkt, dass man halt so viele JPEG-Rezepte dafür findet und dann vielleicht mal dort irgendwas hört und dann irgendwie das ausprobieren möchte und dann halt irgendwann später an einer anderen Stelle was anderes davon hört und dann halt auch das wieder ausprobieren möchte. Und dann rückt halt das Technische immer weiter in den Hintergrund, einfach weil du deine Kamera so gerne einsetzt und dadurch halt auch sehr schnell viel Erfahrung aufbaust. Und das ist ein Punkt, den ich ansprechen wollte, weil der gefühlt bei der ganzen Debatte rund um deine Ausrüstung, Kameras und Objektive irgendwie immer zu kurz kommt. Wenn du mich und den Kanal unterstützen möchtest und auch auf der Suche nach neuer Ausrüstung bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du die über einen der Links in der Videobeschreibung kaufst. Da krieg nämlich ich eine Vergütung dafür. Ansonsten hoffe ich, hätte dir das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut. Bis dahin, mach's gut.